Musik Fahriere, das ist easy. Bernd! Iiii, warte! Hallo. Das ist Bernd, das ist Oliver. Das ist schon eine irre Geschichte, in die ich da mit meinen beiden Berliner Freunden Oliver und Bernd reingestolpert bin. Und alles nur, weil ich in Kairo, so zu Besuch bei meinem Großvater war, ein Kai-Mai-Buch mit seltsamen Eintragungen entdeckt habe. Unsere Eltern haben schon herausgefunden, dass wir uns nicht damit Kinderkram beschäftigen. Aber wenn sie wüssten, was wir eigentlich tun, na dann gute Nacht, liebe Tante.